Der Mann, der da steht, neben dem Regisseur auf der linken Seite, das ist Thorsten Breuer, unser Kameramann. Er ist wirklich ein super Kameramann. Das Problem ist, dass er so schüchtern ist. Jetzt versteckt er sich wieder hinter dem Regisseur. Gehen wir mal rüber und gucken, wie weit wir kommen. Ich wollte nur mal gucken, wie du so arbeitest. Kurze Frage, läuft alles super? Ja, läuft super. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020